Vielen Dank. Gut, dann begrüßen wir die 402, Gernatz Döll, gerüttend von Dagmar Grafow von dem Reitlein Niermannshof. Sie startet für die Mannschaft des Niermannshof. Gernatz Döll, gerüttend von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow. Gernatz Döll, gerüttend von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow. Gernatz Döll, gerüttend von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow. Gernatz Döll, gerüttend von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow von Dagmar Grafow. Das waren eher Fehlerpunkte, davon 7 für Zeitüberschreitung und 92,1. Vielen Dank. Vielen Dank.